Herzlich Willkommen zum ersten BH Niederösterreich Snowreport. Heute ist der 4.12. und wir sind hier in Dernten auf der Zachhofalmbahn. Neben mir steht Andi Putz, der heute schon einige Stunden auf der Piste unterwegs war. Wie sind die Bedingungen, Andi? Ja, wir können uns wirklich glücklich schätzen. Es sind alle Lifte von Dernten aus erreichbar. Wir werden sicher drei super Tage vorfinden. Sie haben alles super herpräpariert. Leider unten ein paar Bandeln, aber ich glaube an eine super Koordination und einen super Ausbildungskurs steht nichts im Wege. Danke Andi. Das sind super Nachrichten. Die Bedingungen sind einzigartig. Viel Vergnügen in den nächsten drei Tagen. Die Bedingungen sind einzigartig. Viel Vergnügen in den nächsten drei Tagen. Die Bedingungen sind einzigartig. Viel Vergnügen in den nächsten drei Tagen. Die Bedingungen sind einzigartig. Viel Vergnügen in den nächsten drei Tagen. Die Bedingungen sind einzigartig. Viel Vergnügen in den nächsten drei Tagen. Die Bedingungen sind einzigartig. Viel Vergnügen in den nächsten drei Tagen. Die Bedingungen sind einzigartig. Viel Vergnügen in den nächsten drei Tagen. Die Bedingungen sind einzigartig. Viel Vergnügen in den nächsten drei Tagen. Die Bedingungen sind einzigartig. Viel Vergnügen. Die Bedingungen sind einzigartig. Viel Vergnügen. Die Bedingungen sind einzigartig. Viel Vergnügen. Die Bedingungen sind einzigartig. Vielen Dank.